Heute sprechen wir über die besten Laubsauger. Für weitere Informationen zu den Produkten habe ich links in das Beschreibungsfeld unten aufgenommen. Hier präsentieren wir die besten Laubsauger. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5 Artikel LSH 2600 Laubsauger Der Laubbläser Artikel LSH 2600 ist das letzte Modell auf unserer Liste. Dieses Gerät zeichnet sich durch geringe Kosten und angemessene Leistung aus. Artikel ist ein weniger bekanntes Unternehmen, das hochwertige Artikel herstellt. Und das ist bei diesem Laubbläser nicht anders. Die Nutzungsdauer dieses Artikels ist direkt proportional zu den Nutzungsbedingungen. Die Mehrheit der Nutzer vergibt 4 von 5 Sternen. Sie werden erstaunt sein, wie leicht dieses Gerät nach dem Ausspacken ist. Es wiegt nur 3,6 Kilogramm. Der Laubbläser wird mit Strom betrieben, der über ein 6m langes Netzkabel verfügt. Nummer 4 Einhell Akku Laubbläser Wir möchten Sie auf einen Einhell Laubbläser aufmerksam machen, der für den vorübergehenden und seltenen Einsatz konzipiert ist. Dies ist eines der kleinsten und leichtesten Gartengeräte auf dem Markt. Dieser Laubbläser ist ein guter Ersatz für einen Rechen und einen Besen. Das Gerät ist so schwer wie Besen und Rechen, liefert aber effizientere Ergebnisse. Er wiegt nur 1,73 Kilogramm, so dass auch eine Wirtin, ein Kind oder ein Rentner problemlos damit zurechtkommen. Dank des ergonomischen Griffes mit Gummierung liegt dieser Laubbläser wunderbar in der Hand. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3 Buschlaubsauger als 25 Gartenarbeit ist eine zeitaufwendige Tätigkeit, insbesondere wenn Sie mechanische Gartengeräte verwenden. Mit dem neuen Buschlaubsauger als 25 können Sie die alten mechanischen Raseneräte für immer vergessen. Durch die Blas- und Saugfunktion ist dieses Gerät vielseitig einsetzbar. Die Blasfunktion des Gerätes kann einen Luftstrom von bis zu 300 Kilometer Schrägstrich H erzeugen. Das sollte ausreichen, um sowohl klebrige nasse Blätter als auch ziemlich kräftige Äste loszuwerden. Außerdem wiegt das Gerät in diesem Betriebszustand nur 3,2 Kilogramm, was ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht. Nummer 2 Blackplus Decker Laubsauger und Bläser Blackplus Decker ist ein bekannter Hersteller von Elektrowerkzeugen, Gartengeräten und kleinen Haushaltsgeräten für Heimwerker. Das Unternehmen ist weltweit bekannt und nahezu jeder kennt seine Produkte. Im heutigen Test haben wir den Laubbläser GW3030 auf den Prüfstand gestellt. Jeder mit einem großen Haus, einem Garten und einem Rasen kann von diesem universellen 3 in 1 Gartengerät profitieren. Mit diesem Gerät können Sie Gartenabfälle blasen und zerkleinern. Blackplus Decker ist ein bekannter Hersteller von Elektrowerkzeugen, Gartengeräten und kleinen Haushaltsgeräten für Heimwerker. Das Unternehmen ist weltweit bekannt und nahezu jeder kennt seine Produkte. Im heutigen Test haben wir den Laubbläser GW3030 auf den Prüfstand gestellt. Jeder mit einem großen Haus, einem Garten und einem Rasen kann von diesem universellen 3 in 1 Gartengerät profitieren. Mit diesem Gerät können Sie Gartenabfälle blasen und zerkleinern. Und die Nummer 1 unserer Liste Makita Benzingebläse Makita Benzingebläse jeder Hausbesitzer weiß, dass der Herbst nicht nur eine schöne Jahreszeit ist, sondern auch eine Zeit, in der sein Rasen mit einer beträchtlichen Anzahl von farbenfrohen Blättern bedeckt ist, die so schnell wie möglich gesammelt werden müssen. Der Einsatz von Besen und Rechen, um den Rasen in Schuss zu halten, erfordert viel Kraft und Zeit. Das Makita Benzinebläse hingegen kann dieses Problem lösen. Dieses vielseitige Gerät wird sich als wertvolle Ergänzung ihrer Landschaft erweisen. Es handelt sich um eine benzinbetriebene Maschine mit einem Viertaktmotor mit einem Hubraum von 24,5 cm3 und einer Leistung von 0,81 Kilowatt.